Ich wollte gerade ins Bett gehen, als um 0.19 Uhr der volle Trailer für Doctor Strange in the Multiverse of Madness rauskam. Es ist Superbowl Sunday. Oh. Oh fuck. Nightmare? I did what I had to do. To protect our world. You cannot control everything strange. You opened the doorway between universes. And we don't know who or what will walk through it. Wanda. What do you know about the multiverse? Viz had his theories. He believed it was dangerous. He was right. Well. I'm sorry Steven. Your desecration of reality. Will not go unpunished. What? Was das Ultrons? Das ist das. Charles Xavier. Things just got out of hand. Ist das kein Film gewesen? Wir sind zurück in Vespio? It doesn't seem fair. Straight! Holy fuck. Das war Patrick Stewart. Super. Wir sehen Ultrons. Die ihn abführen. Wir sehen irgendein Rad. Das sieht insane aus, dieser Film. Dieser Film ist insane. Diese Visuals. Ach du Scheiße. Wanda Satz. Wenn du die Regeln brichst, wirst du ein Held. Wenn ich's mach, werde ich zum Feind. Das ist nicht fair. Holy shit. Dieser Trailer hat mich grad... Boah, ich bin nicht mehr müde. Ich kann nicht mehr schlafen gehen. Ich hab das Gefühl, wir haben's hier mit sehr, 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 sehr vielen Realitäten und Universen zu tun. Die alle irgendwie ein bisschen anders sind und überall ist irgendwas anders. Und verschiedene... Wir sind zurück in Vespio auf einmal. So wie's aussieht. Mit Wanda. Wanda wird alle zerficken. Ich sag's jetzt schon, Alter. Boah, crazy. Ich hab grad gar nicht viel zu sagen. Ich bin einfach nur geschockt. Dieser Trailer ist... Crazy. Boah. Wir sehen uns im nächsten Video. Wirklich, ich muss das jetzt erst mal sacken lassen. Ihr habt meine Reaction bekommen.